Ja, also nach einer Probe, ich habe studiert in Österreich, ich habe kein Deutsch. Ich war dieses Jahr ein aussehlich, ein Mordeus, na, ne, entschuldige. Es ist so schlecht zu sagen, auch sehr ein Musikerwort, ein Mordeus-Löserwort, ich sage Mordeus-Löserwort. Ist es so kippelig? Absolut. Nicht? Doch, okay. Okay, kann ich? Ja. Ja, unsere nächste Künstlerin hatte dieses Jahr einen Amadeus-Music-Avout gewonnen und, alle lieben Damen und Herren, sie hat heute einen Geburtsag. Liebe Brüder. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Uli, Happy Birthday to you. Oh mein Gott, vielen Dank. Die Uni, die Meierin, ich kenne Sie schon lange. Wir haben öfters Gespräche, wir gehen da echt da in die Tiefe und mir gefallen so die Ansichten von ihr, ja. und heute zeigt sie uns eine Ansicht, wie sie Weihnachten zieht. Liebe Damen und Herren, die Meierin mit Weihnachten. Schau mal, schau mal, schau mal so auf, ey, siehst du die Nacht, die uns vereint, und jedes Stern, der es heute scheint, schenkt uns einen Blick in die Ewigkeit. Gspürst du, gspürst du den Zauber, der sie überall versteht, den du ganz bestimmt entdeckst, wenn's den Blick auf sich de längst? Ladi Malzburg, nimm da dein Zeit, Weihnachten ist wirklich nimmer weit. Ladi Malzburg, nimm da dein Zeit, Weihnachten ist wirklich nimmer weit. Himmel, nimm da dein Zeit, Weihnachten ist wirklich nimmer weit. Die sie ist halt gut Schaut doch mal, guck mal zu Und wird ganz schön Lass die Leute hoch Nimm beide Zeit Weibung ist wirklich nie mehr weit La di mei so, morgens wie kreis Weihnachten ist die schönste Zeit Juliari 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 Juli 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 Weihnachten ist die schönste Zeit, Weihnachten ist die schönste Zeit, Weihnachten ist die schönste Zeit. Vielen Dank!